Gesundheit ist, wenn alles in Harmonie mit der Schöpfung läuft. Gemäss Tierärzten hat Melli nur noch maximal drei Monate zu leben. Sechs Tage nach der Operation nahm ich mit Leonila Kontakt auf. Schon am darauffolgenden Tag startete sie mit der Behandlung. Melli ging es von Tag zu Tag besser. Ich begleite Menschen und Tiere zurück in die Selbstheilung. Die Antworten, die ich aus der geistigen Welt erhalte, gebe ich weiter. Die Informationen und Produkte in dieser Werbung stellen keinen Ersatz für einen Arztbesuch dar. Bei gesundheitlichen Beschwerden konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt.